Die AfD-Vorsitzende Weidel hat sich von ihrem persönlichen Referenten Hartwig getrennt. Hartwigs Arbeitsvertrag werde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Das teilte ein Parteisprecher nach einer Sitzung des Bundesvorstands in Berlin mit. Das gelte ab sofort. Hintergrund ist das Geheimtreffen von Rechtsextremisten und AfD-Funktionären in Potsdam, an dem Hartwig teilgenommen hatte. Dort war darüber beraten worden, wie man Menschen mit Migrationshintergrund im Fall eines Wahlsieges aus dem Land bekommt. Weidel nannte das Treffen im ZDF eine völlig belanglose Veranstaltung, die nicht der Programmatik der Partei entspreche. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.